So, wir machen jetzt auf den Weg, wir wollen 2000, also auf dem Berglauf fahren, der ist 2100 Meter hoch und mal gucken, ich glaube das wird ganz schön heftig so 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 Ja Junge 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 Ui Ui Jetzt müssen wir wieder runter und dann zum nächsten Berg Wir sind mittlerweile wieder auf dem Weg nach unten von dem Berg Wir fahren jetzt zum nächsten Da muss man sich dann durch den Wald nach oben kämpfen So zickzack fahren und so Zeus Ich glaube, das wird ziemlich ätzend weil ich schon jetzt gar keine Kraft mehr habe Das war so Das war's. jetzt geht er noch weiter, schrecklich jetzt geht er noch weiter, schrecklich ich kann nicht mehr es hört einfach nicht mehr auf, es kocht die ganze zeit jetzt geht er noch weiter, schrecklich jetzt geht er noch weiter, schrecklich jetzt geht er noch weiter jetzt geht er noch weiter jetzt war ich doch schon droben ich kann überhaupt nicht mehr ich habe echt keinen Bock mehr eine kurze Zwischeninfo ich habe gerade so lachen müssen der Johannes hat soeben seinen Alben den Berg hinuntergeschmissen vermutlich rollt er immer noch eine ganz schön blöde Idee ich bin schon zu lange fertig aber es geht immer weiter ich bin schon völlig am durchdrehen oh man Junge ich kann einfach nicht mehr wenn jetzt irgend von euch da in diese scheiß kommentare schreibt der muss einfach mir gas geben auf der Wiese nein 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Endlich Wasser Auch wieder diese Wiese, wenn ich da zu viel Gas gebe im zweiten Gang oder so, dann zieht es mir immer den Arsch weg. Wenn ich im ersten wie so ein Bulldog rauf, dann müsste es gehen. Oh, er leckt mich. Das war zwar eine beschissene Schinderei, aber es hat sich gelohnt. Wie viel 2.000 Meter? 2.112 Meter sind wir heute hochgefahren. Krasse Scheiß. Wenn ihr auch so eine Endurotour buchen wollt, das gibt es auch für Anfänger, da müssen wir den ganzen harten Scheiß fahren. Wenn ihr auch so eine Endurotour buchen wollt, dann schaut unten rein. Da steht der Link und ich kann jetzt gerade nicht mehr sprechen.